gut hätte sein können 7063 haben sobald das durchjahr 7063 und versteht nur noch eine gute Leitung 7063 und zweimal 7063 Ich glaube, davon ist gar keins, oder? 0 6, 3 Ups, Bad Code Ein Bad Code Den hat auch immer Batman, oder? So ein Bad Code Meistens früh 0198 Das ist der letzte 0198 Tja Ich glaube, das ist alles nichts 0198, ne? Ach, Mann Das war's doch, oder? 0198, ja 0198 0198 0198 Ja, das war mir klar Natürlich ist es Heiner dieser, was hier steht Ist natürlich jetzt Sehr, sehr Shit So, jetzt haben wir alles durch Bis auf die 542 Diese drei Weil die ja rot sind, aber Vielleicht finden wir ja noch Die letzte Zürcher irgendwo anders Dass sie 542 Und die letzte Zürcher ist auch rot Irgendwo anders unterlegt Huh? Huh? I need it to be ich überlege ich überlege was könnte das noch damit zu tun haben die schülerinformation 28 2008 war ja nicht wenn man so ist im entschuldige präsident mein irgendwo haben wir es übersehen Da kann man mal rausgehen. Irgendwo habe ich hier was übersehen. Irgendwo. Franks Hinweise. Wir sehen uns bei Franks Verkäufer letzten Wochen. Oh, die waren verliebt. Die wollen gar nicht glücklich sein. Franky B. Hoffe. Du liest das morgens als erstes. Tut mir leid wegen letzter Nacht. Ich war ein fieses Biest und hab's an dir ausgelassen. Und am armen Pompidou. Äh, Pompidou. In meinem Leben passiert ein mannig merkwürdiger Scheiß. Und manchmal habe ich den Eindruck, ich komme nie aus AKTB raus. Ich danke Gott für dich. Du bist einer der Besten. Blablablabla. Lass dich in Richtung Richtung fahren. Blablablabla. Scheiße. Franks Verkäufer. Okay. Okay. Rot muss standen für Rottweiler. Das fit Nathan. Rotten. Franks Verkäufer. Ich glaube, er hat das ansehen. Ach nee, das war das. Okay. Dann möchte ich gerne mal das ansehen. So. Was hat mit Rachel nach dem, was passiert? Sie hat Franks verholt, aber... Ich glaube, er würde sie nicht verhören. Frank, was hast du getan? War uncool. Ich schrieb es nicht auf Drogen. Ja, das haben wir ehrlich schon gelesen. Papier. Schau mir das Papier an. Frank ist für sicher der lokale Dealer, aber... Ich wüsste, dass Rachel für ihn für ihn Drogen trugte. Right? Ja, David Metzen und Nathan Prescott sind beide in meinem Büro erschienen, um mich zu warnen, dass Rachel Amber als Drogenkurier in Mr. Metzens, was Polizeischockung, für einen lokalen Dealer arbeitet. In Anbetracht des vorbildlichen Statuses Rachel sagte ich, David, dass ich konkrete Beweise benötige Und ich versprach... Ja, ich habe... Und welche Foto zeigen? Ja, ähm... Ich denke mal schon, dass es so ein kleines Arschloch war. Und ich würde mal sagen, wir wählen das aus. Und wählen das aus. Ja, das Spiel ist auf. Jetzt... Geh mit uns, Accountbuch. Sag uns alles. Na, Ton. Macht euch bereit zu Sterbepitschis, du Schlampe, hast meine Tür ruiniert. Oh, da ist die Pentium ist geschüchte. Du kannst mich, du kleiner Vollhorst. Da kommt nämlich mein Waren und hau dir eine vor den Warenkorb. Ach, du liebiger. Mal sehen, ob ich irgendeine Deal, die Frank mit Nathan oder dem Vortex Club gemacht habe. Ansehen. Okay, Max. Erinnern diese Namen und... ...hier, wie Nathan mit all das in die Hand befindet. So, Katie, Miss Funkhorn, Nacho, Josef, Mick, Stella, Simon, Lohr, Logan, Steve, Nathan, Stifler. Ach, der Stifler. Justin, Chloe, Bruce, Juni, Lucas, Glenn und Dunk. Awesome. Logan, Steve, Nathan, Stifler, Justin, Chloe, Bruce. Frank sicher ist, dass seine Kunden zufrieden ist. Er könnte eine Tür öffnen. Er könnte eine Tür öffnen. Wenn Frank diese Art auf seine Leben auf diese Art an zu erledigen, wer will ich darüber reden? So, Jokscher, Schäferhund, Shiba, Boxer, Husky, Beagle, Dackel. Nein, hier ist auch nicht dabei. Wie soll das eigentlich? Auswahl aufheben. So, Ansehen. Boxerrott haben wir wieder. Zwei Gramm Kokain. Okay, rott haben wir nochmal. Zwei Blätter. Und nochmal rott. Okay, das müssen wir auswählen. Ansehen. Ja, das glaube ich dir. Schäferhund, Doppel, Jokscher, Dackel, Beagle, Strahner, Schäferhund, Ops. Okay, nein. Ansehen. Hm. Zwei Begriffe mit Nathan am gleichen Tag? Party-Supplies, keine Ahnung. Rot. Okay, hier haben wir noch zweimal Rot drin. Fünf Gramm. Und nochmal. Boah, Feierb. Zwei Osten. Feierbad, fünf Gramm Speed. Fünf Gramm Kokain. 900 Dollar. Okay, und das brauchen wir noch dazu. Auswählen. Oh, ja. Diese sind alle die Zeiten und Pläne für Frank und Nathans Begriffe. Das ist es, Max. Hm. Jetzt fehlt uns nur... Ich habe tatsächlich jemanden töten. Hör auf mich, Chloe. Ich werde alles überprüfen, okay? Ich werde das Board studieren und herausfinden, wie alle diese Dots verknüpfen. Genau, ich sehe auf Rum zu flennen. Der hat es verdient. Oder auch nicht. Okay, anders müssen wir uns noch ein Krypten. Und zwar das hier. Let's starten hacking. Nochmal genau anziehen hier. Hm. Haben wir doch einen Puck? Private Handy. 8789. Probieren wir das jetzt mal. 8789 oder 7808. Wir machen erst mal 8789. Entsperren. 8. 7. 8. 9. Ups. Bad Code. Mist. Haben wir jetzt alles schon ausprobiert hier? Das gibt... Halt. Zurück. Haben wir jetzt alles... Na, jetzt mach doch mal das. Wir haben doch alles ausprobiert. Gott, warte mich nochmal. Lesen. 7808. Okay, das dauert jetzt hier ein Stück. Sehe ich fast so. 7808. 780... Halt. 8. Halt. Ja, ich habe das alles schon ausprobiert. GbA 37. Blackwell Academy. Schöneinformationen. Norden Joshua Prescott. 29. August 95. Fort Lauderdale. 550... 7 063... 7 063... Das haben wir durchprobiert. 1 0 1 0 hat man. 8 6 0 3 hat man. Nesen Prescott setzt mit hervorragenden akademischen Leistungen in einer Vielzahl an außerschulischen Aktivitäten die Arbeit mit der Obdachlosenstiftung von Aktie B eingeschlossen. Das historische Erwärts seiner Familie in der Blackwell Academy fort. Naußen ist bei den Schülern wie Laron beliebt. Er ist ein stolz Repräsentant Blackwells. Irgendwas übersehe ich hier gerade. Irgendwas. Oder 2995. 2995? 29.95? Keine Ahnung. 2995. Jetzt kombiniere ich halt mal zu holen. Entsperren. 299... 299... Halt. 9... 5. Du lockst es, dumm A$. Nein, du hast gesperrt, du Trottel. So. Mann. Blödes Rätsel. Äh... Nein. Ansehen. Vielleicht steht es hier irgendwo drauf. Ach ne, hier steht was Enderpin. Enderpinwand. Ach man, ne. Ist doch doof. Äh... Nein, 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 nein. Vielleicht... Ich gucke jetzt auch mal genau das Papier an. Es gibt es auch gar nicht. Guck mal genau dieses blöde Papier an. Lesen. 0058, 39... Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht, Freunde. Hatschi. 0058, 39, 88, 52 oder 8542. Nur probieren wir das mal 8542, damit wir das hier mit hier rüber geben. Nochmal 8542. 8542. 8542. Entsperren. Ah. 8542. 8542. 8542. Ups. Bad Code. Ach, Mann. Irgendwas mit diesen verfuckten Papier muss das auf sich haben, oder? Irgendwas damit. Lesen. Ähm. Hm. Uh. Nimm auch schon die ganze Ecke auf hier. Ähm. Und wenn wir am 8. August. Also bei der Ami ist es eigentlich andersrum, ne? Da wird ja erst der Monat und dann. Dann hier die Zoll gezeigt, ne? Bei der Ami ist es doch komplett andersrum. Nicht wie bei uns, 29. August oder nur August 29. Oder täuscht mich das jetzt? Guck hier. Ja. August 29. Da sehe ich gerade. Genau. Bei der Ami ist es so andersrum. 0829. Ja. August 29. Nicht wie bei uns, 29. August, sondern hier. August 0829. Hier. Wir probieren das mal. Weil das hält man gerade nämlich so auf. Dass das jetzt so verschieden ist. Bitte, 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 bitte. Ja. Okay. Souverän. Lesen. Was geht? Brauch geh. Okay. Cool. Alter, du hast mir Wasser verkauft. Arschloch. Beruhig dich. Bring's mir. Auf den Weg. Bleib weg. Bullen am Strand. Okay. Das ist, ja. Sehr abgeschlecht. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club Party. Bist du da? Fette, fette, heute Nacht zu Hause unterwegs. Stoff die Pfeife. Ja, ich stoff dann auch mit meinen Pfeife. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Brauchst dringend? Ich mache keine Hausbesuche. Du hast, na du, keine Zeit. Ich soll das Doppelte. Allerdings, wehe, du hast es nicht. Spar, keine Spielereien. Adresse? Ich rufe die vierte Wegbeschreibung an. Auf dem Weg. Hält das Geld bereit, du kleiner Vogel. Drugsdienst. Alter, bist du wach? Was willst du denn? Kokain. Skipp du. Acid. Du zahlst den Nachtaufschlag. Lass mich dich warten. Sorry, wegen vorhin. Brauche mehr. Bist du da? Ja, komm nicht. Und fick dich. Gott, Nathan. Du bist aus Kontrollen. Ju, brauch groß. Erzähl raus sofort. Beruhig dich. Flippst du aus? Bald. Sei cool. Bitte. Strand. Benimm dich dieses Mal. So, es war dich. Jetzt kann ich offiziell kenne dich Psycho-Stalker. Halt deine große Klappe. Oder ich mach dich blatt. Ich weiß, wo du schläfst, weißt du. Dann tue ich mir die Brüder hin. No, Nathan. Es ist Zeit für dich, zu schauen. Asshole. Ehen du denn? In meinst du Gehirn rausgelöst? Ach, du kleiner Wichser. Ist das von Nathans Vater? Das ist brutal. Bitte rufe ich dich auf der Arbeit an. Ich habe dir das schon mal gesagt. Und bekifft sein ist keine Entschuldigung mehr. Ich habe keine Zeit für deine Dummheiten. Du willst, dass ich dich wie ein selbstständiger Wachsinn behandle? Beeindruckt mich. Nichts wäre mir lieber, als stolz auf dich zu hängen zu können. Arbeite daran. Das ist wirklich ein kleines Arschloch. Das ist wirklich ein kleines Arschloch. Untertitelung des ZDF, 2020